So Leute, willkommen zu Video Nr. 2 in COD-MW 2, live und auf Air immer noch Nick und Teddy und wir spielen jetzt in Amsterdam weiter, gerne kostenlos Reiten verlohen und ein Like dalassen, unterstützen den Streamer am meisten und jetzt gehen wir dort rein, wo wir in Video Nr. 1 aufgehört haben. Amsterdam, nasse Angelegenheit. Angelegenheit. Alles klar, das Wort in Position. Okay John, was hast du? Scheiße. Alcantara belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem Sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Ja, wir sind laut erwachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit jetzt. Ende. Autos. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Okay, du schützt. Ich hasse Favelas. Ich habe doch gesagt, ich hasse Favelas. Dann losgehen. Lol, und ich habe noch nichts hingeguckt. Ich habe mich nur auf das Fliege konzentriert. Okay. Gut gemacht. Noch einer beim ersten vier. Ausschalten. Kämpfer, die noch leben, können Ärger machen. Hammer an der Puss. Feind am Boden. Ich habe eine Waffe. Ich habe eine Schwierigkeitsgrad, spielst du. Ja, sollte man. Bleib nicht zu lange da oben. Alter, sollte man so. Ich glaube, ich müsste noch höher spielen. Hä? Ja. Kann man das Schwierigkeiten ändern? Oder daran? Du wirst nicht zu überleben. Na ja. Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Anal in einer fremden Stadt. Anal in Amsterdam. Das ist alles klar. Wir nehmen das ab, was. Wir nehmen das ab, was. Es wäre eigentlich unendlich Luft unter Wasser. Die Checkpoints sind auch schon fair verteilt. Bis jetzt. Das darf ich wirklich nicht sehen. Ist lang. Scheiße. Hä? Ja genau. Sie sehen dich. Ja. Jetzt lassen sie mich. Die Scheiße. Na bitte doch. Teddy sagt doch irgendwann was dazu. Ich weiss du hast doch schon geräumt noch. Na ja ich bin auch gerade da wo du bist. Was? Du kleine Scheiße. Aber von wo? Ich rutsche denn da habe ich es nicht mehr. Hä? Ist hier auch in uns Wasser gegangen gerade? Ja. Ich verließe das. Das ist 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 das. Dreh. Erledigt. Weiter so. Warte. Junge. Dreh. Das ist das. Hadouken Ah ja Wo die Mütteninseln sind? Scheiße Achtung, die sehen dich Setti, hast du die Docks schon geschafft? Ja Muss ich die Gegner hier umschwimmen, oder? Nö, ja, du kannst ja umschwimmen Aber da kommt das Patrouillenboot Das möchte ich auf jeden Fall erledigen Da kommen zwei Stück Muss halt wirklich alles sneaky anstellen Nur um schnell schießen Oh nein Scheiße Ich sehe gerade, dass ich das 8 Kugeln habe Ich sehe gerade, dass ich das 8 Kugeln habe Oh, Junge Ich glaube, ich versuche mir noch ein paar Patrouillenboot zu schnappen Nach Fack, ey Wäre ich unter dem Baum nicht runter her gerutscht, oder auch? Nein, ich will oben drüber. Also die Wurfmasser sind echt das Beste. Herr Katala hat noch ein Patrouillenboot. Natürlich haben die noch ein Patrouillenboot. Och Mann ey, wo soll ich denn da hin? Ja, Mensch, Scheiße. Die werfen Granaten ins Wasser. Pass auf deinen Arsch auf. Sie sehen dich. Gas, das Patrouillenboot könnte ein Problem sein. Urteil 1 an Bravo. Lagebericht. Arbeiten uns zum Boot vor. Bestattene Katala auf See. Geht so schnell wie möglich vor. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit, John. Tü tü tü. F***. F***. Ach Mann. Mh. Mh. Ja, genau. Alter mit dem Raketenwerfer. Was ist denn hinten? Junge. Was? Sie wissen, dass du da bist. Aber von wo die ihn weg holen? Das ist so. Ich habe eine Bühne. Ja. Ich habe einen Bühne. Nee, bin ich nicht. Sieh, sind wofür alle. Hey, wo ist denn der? Ich versteh's nicht. Willst du da aus Deckung gehen? Hey, Alejandro, gib mir mal Munition, du. Alejandro. Ale, Alejandro. Welche ist denn das, der da von rechts überkommt? Alcantara erledigt. Bleib dran. Ja, genau. Jetzt drauf ist zivile Opfer, wirst du nicht verkackern. Gas, das Patrouillenboot könnte ein Problem sein. Oh, einer wenigen. Sehr gut Gas. Verdammter Mist. Sie wissen, dass du da bist. Ja, von wo denn? Ja. Anscheinend haben sie dich verloren. Sicher, sicher. Nicht unvorsichtig werden. Gas, nimm dir das Patrouillenboot vor. Nicht unvorsichtig werden. Oh, das ist ein. Die Funken sind hier unten unten. Oh, ja. Gute Arbeit, Sergeant. Gers, das Patrouillenboot könnte ein Problem sein. Aber Rodriguez ist runtergefallen. Ich auch. Ach man, das ist ein Assi. Erledigt. Sehr gut, Gers. Gers, nimm dir das Patrouillenboot vor. So. Junge, wieso ist denn das Patrouillenboot jetzt auf immer ... ... 100 Kilometer entfernt? Was soll die Scheiße? Teddy, Teddy, Ted. Gers, das Patrouillenboot könnte ein Problem sein. Was ist mit dem Patrouillenboot verdammt? Ich hab dich auf dem Boden. Oh. Nick auf den Boden klatschen einstellen. Gers, nimm dir das Patrouillenboot vor. ... bei jama's companieros ja genau ihr wisst natürlich wieder genau von wo ich komme erledigt nein nicht da rausschwimmen, du Ochse der dritte in Frachtwagen ich bin beim Frachtbord, komm her sobald du kannst, aber bleib wachsam check, bin fast da, sicher check, check, check ich bin gleich da, sergeant hey, Captain Scheiß, was geht ab? du hast verschlossen wir nach das war, wir gehen jetzt an Bord verstanden, berichte, wir bitte hör mal spanisch klingt ganz so bereit oh, spanisch oh, Captain Price ist der schnelle Boss wuuu, Brücke kaputt Sieh mal na, sei mal na, sei mal mexikanisches Kartell was für da machst du hier? na, sei mal na, sei mal Iran nutzt ein Kartell für den Transport na, sei mal ich hab mich da gesagt jetzt so dazu zumindest nicht schossen Moment danke Captain Price, dass du die Türe in dem Moment aufreißt dein Kartell für den Transport wenn ich noch nie in Deckung bin so, jetzt lässt du mich in Deckung ich fahr nicht so schnell oh ja oh ja ich hab mich ja grad selber getroffen ich weiß, ich hab mich ja grad selber getroffen selber blenden ist immer gut ich hör dann stell mich da einfach lauter im Chat und wenn du dann wieder schreist, dann bin ich wieder taub richtig wie soll es sein da warst du denn wieder leichter genau ich schreie doch nicht sicher sicher ich schreie doch nur einmal was, in dem Stream bin ich leider so? ich bin hier im Chat der L trifft sich mit Alcantara der L trifft sich mit Alcantara lass uns zu Starbuck gehen du kleine Hore Kartellschutz. Der Zug. Der Zug hat keine Bremse, der Zug. Wie gemütlich. Was treiben Sie? Alter, warum ist das Flugzeug so laut, ey? Hey, das ist vom Ohr-Sonderflugzeug. Wachen? Ich knüpfe ich mir vor. Ich hab fast da, wo ich bin. Ja. Teddy? Jetzt hat mein Zug auch keine Bremse. Willkommen in meiner Welt. Wir haben die Nadel für die Wachen und wir verpacken unseren Freund. Und du? Sag wann. Roger. 06, Lagerbericht. 06, 06, 09. Wann brechen Sie auf? Heute Nacht. Bleib an ihm dran. Wir müssen wissen, wann es geht. Verstanden. Okay. Der Tag war doch zu lang, ey. Wird doch eher wie geplant, schlussbar. Moment. Zwei Kartellwachen am Ende der Brücke. Absicht, Gott. Mord. Der Tag ist in der Brücke versteckt. Mal sehen, ob Sie sich aufteilen. Glück gehabt. Einer geht. In meine Richtung. Ich folge Ihnen. Ich nehme den auf der Brücke. Unterwegs. Oh. Retrocede, Carajo. Starget. Ey, langsam, Kumpel. Einmal zu viel, was? Wache ausgeschaltet. Brücke ist sicher. Gute Arbeit. Bei mir sammeln. Wache ausgeschaltet. Die Fracht ist menschlich. Ein VIP. Unterwegs in die USA. Wer, John? Major Hassan Ziani. Himmel. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten. Oh. Huch. Ja, sorry. Erstmal beim Straßenkonzerte Waffe gezogen. Ups. Ja, ja, ja. Das passiert. Gute Arbeit. Bei mir sammeln. Wache eins. Die Fracht ist menschlich. Ein VIP. Unterwegs in die USA. Wer, John? Wer bin in die USA? Himmel. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten. Wir müssen unseren Kartellfreund auf ein Gespräch holen. Wenn Hassan eine Rakete auch nur in die Nähe der USA bekommt, dann gibt es Tote. Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei ihm. Das Gebiet ist noch nicht erkundet. Es könnte weitere Wachen geben. Wir haben keine Zeit, die Gegend zu inspizieren, John. Wir brauchen eine Ablenkung. Ich habe eine Idee. Treffen beim Kaffee. Gas. Blink 182. Oh, das Fahre auf Kameraden wird nicht toleriert. Warum? Zählen los. Was scheint? Die Fracht ist menschlich. Der Zug hat keine Börse. Unterwegs in die USA. Wer, John? Major Hassan Siani. Himmel. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten. Wir müssen unseren Kartellfreund auf ein Gespräch holen. Wenn Hassan eine Rakete auch nur in die Nähe der USA bekommt, gibt es Tote. Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei ihm. Das Gebiet ist noch nicht erkundet. Es könnte weitere Wachen geben. Wir haben keine Zeit, die Gegend zu inspizieren, John. Wir brauchen eine Ablenkung. Ich habe eine Idee. Treffen beim Kaffee. Gas. Hey, Captain Scheiß. Was geht da? Nimm. Was zum Teufel ist das? Deutschgranate. Wird klappen. Zurück zur Laswa. Ziehen wir das durch. Alter. In die Gasse rein. Sobald Panik ausbricht, wird das Kartell ihn wegschaffen. Da komme ich ins Spiel. Auf dein Zeichen, Gas. Es wird laut in der Gasse. Ja, genau. Ich habe mich auf die Gasse. Gas, die Wachen kommen. Schalte eine aus. Nein. Du hast doch vorhin verbunden. Oh, achte auf die Gasse. Hey, was ist das denn? Jetzt. Die Wachen sind erledigt. Bin unterwegs zu dir, Captain. Schnauze. Mitkommen. Ja, was bist du für eine Zeifel? Kannst du mich mal beschützen, Kollege, oder was? Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigt. Kartell hinter uns. Deckungssargeant. Was ist das denn gecheckt? Das gibt's ja nicht. Das wird laut in der Gasse. Das wird laut in der Gasse. Gass, die Wachen kommen. Schalte eine aus. Schalte eine aus. Schalte die andere rein. Okay. Ich kann nicht beide Wachen mal schalten. Das wird laut in der Gasse. Das schreibt mich nicht wieder an. Dazu kann keine... Dann nimmst du goldenen Zivilisten. Gass, die Wachen kommen. Schalte eine aus. Ich nehm die andere. Roger. Die Wachen sind erledigt. Bin unterwegs zu dir, Captain. Beeil dich. Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke. Oh mein Freund, wo denn? Ich bin dran. Beeil dich. Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Roger 1. Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Versteh dich. Kartell hinter uns. Oh ey. Oh, ich kürz ins Fressen. Diese scheißverkackten Zivilisten mit den Kinder, alter. Wenn die nicht einfach daheimbleiben. Ist doch eh gekommen. Ich besorge Evakuierung. Macht euch in Quatern. Ihr Focker vermisst die. Wo seid ihr denn? In Amsterdam. Rauch. Der. Okay. Roger 1. Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Versteht dich. Kartell hinter uns. Weckungs Sergeant. Von wo schießt denn dieser andere Nüttenbänge? Hast du irgendwo Denkungen gesucht, Teddy? Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke. Nee, ich bin gleich vorgerannt. Hab die drei da hinten gekriegt. Muss. Muss schauen, welche die, äh, die Kartellnötte sind. Dann soll er anschließen. Roger 1. Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Versteht. Versteht. Kartell hinter uns. Scheiße. Ich weiß nicht, wer der dritte ist. Ich besorge Evakuierung. Da hab ich auch ein paar Mal gerade gebraucht. Und wenn ich, ähm, quasi hinter den Sparner, also jetzt direkt durchrenne? Warte mal. Ich übernehme. Wenn ich hinter den Sparner, stellen die mich gleich? Mitkommen. Roger 1. Paket gesichert. Sind unterwegs zu dir. Bestätigt. Kartell hinter uns. Steckungs Sergeant. Okay? Okay, gut. Ich glaube, ich weiß, was ist. Okay. Ich besorge Evakuierung. Die Blendgranate ist echt übel. So, direkt nach rechts. Hier musst du wirklich auswendig lernen, welche Idioten das sind. Wir treffen uns bei der Brücke. Beim zehnten Anlüft klappt es dann. Ich übernehme. Schnauze. Willkommen. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs. Mann, du nötigen Scheiße. Wir treffen uns bei der Brücke. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Oh, ich zieh doch nur meine Waffe. Ich hab die noch niemals abgefeuert. Was sei denn ihr voll vollkommene Scheiße mit dem Kinder, Alter. Ich zuspiele gleich wieder stornieren. Ich übernehme. Ich übernehme. Schnauze. Mitkommen. Watcher 1, Paket gesichert. Sind unterwegs. Bestätig. Kartell hinter uns. Deckungsanze. Sätze. Hab ich noch. Alle drei. Du bist endlich von uns. Ja schon. Gas, bring die Spritze. Hamelt da jetzt die Spritze in den Kopf rein? Auch mit ihm. Watcher. Zeit zu gehen. Okay, unterwegs. Rein mit dem. Gut gemacht. Du auch. Wir müssen wissen, wohin sie Hassan bringen und ihn abfangen. Wir wenden ihn auf und plaudern mal. Wird er reden? Ich kann sehr überzeugend sein. Ich dachte, wir wären zum Bandu. Das muss alles sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Das Las Almas-Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell. Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das, sie wissen das und genau deshalb machen sie es. Wir müssen das verhindern. Wer ist mein Ziel? Major Hassan Siyadi. Okay, dann. Heute Nacht. Ich habe eine Drohne angepackt. Aber alles im Blick. So Leute, das war es mit Video Nummero 2. Aha, okay. Wenn man mich nicht sieht, so muss das sein. Mit Video Nummero 2. Wie immer kostenlos Abo da lassen. Gerne Like da lassen. Den Links in der Videobeschreibung folgen, die ihr eh immer nie anklickt. Und bleibt bei Twitch dabei sein. Und wir sehen uns das nächste Mal in Video Nummero 3. In Ameriko. In Mexiko. In dem Sinn, haut rein. Bleibt doch geil. Euer R-Mex. Euer Anal-Mex. Ne, euer No-M-Ex. Und wir wärer noch die Vienehaus im Kopf federtyben. Und ich weiß nur das. Ich weiß nicht, nee, ich weiß nicht. Das war so. Erste Joel gelötter.